ich versuch's hier ich glaube dieses grün die grünen Lampen die mobben mich manchmal jetzt sind sie nämlich gerade jetzt hier ist wieder eine wenn ich hier lang gehe ist wieder keine also das ist hier hinter der Wand und da kommen wir nachher irgendwie hin in diesen Raum oder so ich brauch mal die Map ok genau jetzt sind wir in dem Raum ok die Tür geht nicht auf oh Untertitelung des ZDF, Faire und Chadwick. 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 Die ZDF, Faire und Chadwick. Untertitelung des ZDF, Faire und Chadwick. Untertitelung des ZDF, Faire und Chadwick. Untertitelung des ZDF, Faire und Chadwick. Hängt Grace irgendwie mit uns zusammen? Dieses Ort wieder? Ja. Dein Geist hat sicherlich einen Link zwischen diesem Jasper Prado und der Explosion. Ich bin überraschend, dass es das genutzt wird. Als ob etwas... Sie schützt. Ah, okay. Da kann ich dann wieder woanders hin, ja? Es ist deine Schuld. Was steht auf der anderen Seite? Jasper's Vergangenheit und Verbindung. Nach seiner Armeezeit 94-96 arbeitet er als Söldner, bis er entlassen wurde und anfängt sich als Drogendealer zu verdingen. Aktuell verdient er sein Geld mit Grashash- und Ecstasy-Geschäften, aber er hält auch noch Kontakt zu seinen alten Freunden. Die ganzen Sachen interessieren uns nicht. Da haben wir jetzt ein Foto, wo wir irgendwie eine andere Erinnerung könnten oder aus dieser Erinnerung wieder raus. Deshalb gehe ich kurz gucken, ob ich hier irgendwo hin kann. Wieder einen Kot, den wir nicht haben. Ich probiere es mal mit dem alten Schwarzlichttrick. Da ist wieder der Hase. Der Hund. Der Hundhase. Hier haben wir irgendwelche... Hier haben wir Blutflecken. Das haben wir hier noch gar nicht gemacht. Einmal mit... ...mit UV-Licht mal hier... Der ist schon blutend hier hingekommen? Okay. Also ich glaube nicht, dass die jetzt... Äh... Hallo Yoshi! Ja, so ein bisschen. Ein bisschen Horror-Genre-Mix, Shooter-Schleichspiel, Jump'n'Run, Ben und Ed. Das ist alles so ein bisschen, dieses Spiel. Wie kann ich jetzt diesen Code da rausfinden? Oh, hier ist noch was, was ich gar nicht gelesen habe. Wer ist Jasper? Kommt aus einer Familie der Arbeiterklasse. Vater war LKW-Fahrer, Mutter war angestellt in einer Bar. Gute Leistung in der Schule. Verlor aber schnell das Interesse an Bildung und suchte sich seinen Kick woanders. Zum Beispiel bei Partys in Nachtclubs und beim Kiffen mit Freunden. Alles klar. Too late. Oh. Kommen wir hier raus? Nein. Okay, irgendwie müssten wir jetzt eigentlich theoretisch... ...die ist blutend... ...von dem Stuhl... ...hier hin und hat das da hingemalt. Irgendwie... ...müssen wir doch den Code dafür jetzt rausfinden. Weil wenn wir jetzt dieses Foto hier benutzen... ...das ist ja so ein Dingsfoto... ...da sind wir sofort wieder raus hier. Aber ich hab... ...keine Ahnung... ...so seh ich da auch nix. Hm. Ah, okay. Es geht scheinbar gar nicht. Oder er will halt nur nicht... ...dass wir das machen. Okay. Dann müssen wir wohl diese... ...andere Erinnerung mal triggern. Okay. 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 ...denn. Okay. 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 Was? Oh. Patrick Bateman, I'm not a psychopath. Kann ich gleich nicht lesen, was da draufsteht. Guck mal, wir können es auch wieder... Ich höre immer wieder meinen Namen. Das macht mich verrückt. Ja! Okay, ich geh ja schon hier lang. Ist ja gut. Uah! Ich glaube, du hast ein paar Beispiele, Herr Black. Hast du sicher, dass du alles gefunden hast? Okay, wir müssen uns also erst noch ein bisschen umschauen hier scheinbar. Aber noch waren keine Lämpchen am Handy an. Mit dem kann ich aber auch nichts machen, ne? Ne. Der klopft irgendwo an die Tür und ruft die ganze Zeit Black. Jetzt, jetzt verstehe ich das. Ist das ein Zettel zum Lesen? Ne. Was? Was? Polizeiprotokoll, bla bla bla. Fall mal Polizist Bart Fair. Informant Jacob Singer. Möglicher Mord im verlassenen Lagerhaus. Unser Informant Jared Porter. Was? Jacob Singer heißt doch der Informant. Er behauptet, dass die Waffen, die sich zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in seinem Besitz befanden, von der Firma ADS hergestellt worden seien. Und er ist mit Hilfe eines ADS Angestellten namens Jay Jasper Prado. Porter kennt den vollständigen Namen der Person, nicht erhalten haben will. Offensichtlich hat der bekannte lokale Waffenhändler Porter eng mit einem großen etablierten Unternehmen der Waffenindustrie zusammengearbeitet. Bart Fair. Wollen wir noch was anhören? Ja, ich habe definitiv Hörgerhörungen gehört. Ich habe höre Hörgerhörungen. Ich habe höre Hörgerhörungen. Ich glaube, sie waren Hörgerhörungen. Weil der Mann war schockiert, oder? Insofern. Ich war aus Kujo. Mein Hund. Um ca. 5 Uhr Uhr. Meine Frau ist ein schwerer Schmerz. Und Kujo war immer in der Früh. Ich habe ihn immer geholfen. Also ja. Ich war in der Palm House Lane und in die Fläche, wenn die Schocken geholfen wurden. Kujo. Wer kennt das Buch von Stephen King? Das hat meine Hundeangst nicht gerade gebessert. Sagen wir mal so. Okay. Polizei versorgen Falldetails. Gründe für Wiedereröffnung. Wiedereröffnung. Aufgrund neuer Beweismittel, die den Tod von Jasper Prado mit der Bromsgrove Entführung in Verbindung bringen. Prado wurde am Ort der Detonation gefunden. Beantrage ich hiermit die Wiedereröffnung der beiden offensichtlich Zusammenhänge Fälle. Entscheidung abgelehnt. Huh. Oh. Oh. Okay. Das ist ein Buch von Stephen King über einen sehr bösen Hund. Hehehe. Hehehe. Da ist Jasper Prado. Empfindliche Informationen entfernt. Verkehrsdelikt. Überschreitende Höchstgeschwindigkeit. 25 kmh. Gewaltsamer Zusatzung. Unrechtmäßiger Besitz. Besitz von Klasse C Drogen. Klasse C Drogen. Verkehrsdelikt von Klasse B Drogen. Okay. Prados Car. Evidence in Case Nummer bla bla bla. Das ist das Auto von ihm? Okay. Dass er mit dieser Puppe sitzen muss, ist ja schlimm. Muss das so sein? Muss das gerade so eine Puppe sein? Patrick Bateman. Psycho. Genau. Genau. Das war der von Patrick. Von American Psycho. Ich wollte gerade sagen, irgendwo kam mir doch Patrick Bateman. Kam mir doch irgendwie bekannt vor. Genau. Von Psycho. American Psycho. Oder... Warte mal. War das nicht... American Psycho? American Psycho. Nicht Psycho. Psycho, oder? Ich meine, der hieß doch... Der hieß doch nur Bates. Hieß doch auch das Bates Motel. Hä? Also, bin so weit weggegangen. Police Department. Homicide Case File. Fall geschlossen. Fall geschlossen. Fall geschlossen. Okay. Case closed. Detective Bart Fair wird vermisst? Nachdem er vier Tage in Folge nicht bei der Arbeit erschienen war und auch seine Frau Jenny Fair ihn nicht erreichen konnte, wurde der 45-jährige Detective Bart Fair jetzt offiziell als vermisst gemeldet. Der Chronicle konnte mit Fairs Kollegen Hector Chadwick sprechen, der unbezahlten Urlaub genommen hat und seinen Freund zu suchen. Bart ist ein großartiger Polizist, aber er hat sich immer viel zu sehr in die Arbeit reingesteigert. Ein Mann sollte nicht für die Arbeit allein leben, schon gar nicht, wenn er eine Familie hat. Ich werde ihn finden, das kommt alles wieder in Ordnung. Detective Fair hielt 2009 die Tapferkeitsauszeichnung der Polizei von Severn, nachdem er an der Station Moore Street in Birmingham ein Geistesgestört mit einem Messer bewaffneten Angreifer mit einem Rugby Tackling ausgeschaltet hatte. Entschuldigung, ausgeschaltet hatte. Einen herzlichen Glühstrumpf. Ok, gut, so jetzt mal gucken. Wir werden immer noch das ominöse Klopfen, ob wir irgendwo noch andere Erinnerungsdinge haben, ich glaube wir sind jetzt alles ziemlich abgelaufen hier. Ja, jetzt kommt gleich hier der Polizist nochmal. So, wir gucken nochmal hier an der Seite, ob hier irgendwas ist. Bevor wir da jetzt gleich reingehen. Ja, das ist nur hier jetzt das wieder, ne? Ja, genau. Okay. Gucken, ob er wieder meckert. Okay, er meckert nicht. Und nicht, ob das jetzt ein Hinweis, dass das so eine falsche, falsche Erinnerung ist. Oh, das ist... Black, ich habe die Daten analysiert. Obwohl Sie sich in der Erinnerung faszinierend waren, Ihr Pursuit von Supposition hat letztendlich verwendet, dass diese Investigation nicht sinnvoll ist. Ich schreibe Sie raus. Nein, Red, nicht noch. Ich bin so nah. Lass mich. Lass mich. Oh, komm. Ich habe mich zu langsam reagiert. Enough of this nonsense. Stopp. Ich habe mich zu langsam reagiert. Wie ich gesagt habe, Sie begonnen zu machen, die Pandora ist neutral, Black. Und so muss Sie sein. Vielleicht sind Sie wirklich da, um zu retten, Jasper. Aber wenn Sie das wahrnehmen, Sie verraten die Simulation, Sie verraten die Erinnerung. Wenn Sie so weitergehen, wir werden nicht mehr überprüfen. Ich will nicht mehr überprüfen. Oh, ich glaube, Sie tun das, Herr Black. Sie wären nicht hier, wenn Sie keine Antworten haben wollten. Mal versuchen, eine andere Richtung zu versuchen, Black. Eine andere Richtung? Ich würde gerne versuchen, zu beginnen, bevor Prado kam. Du willst mich wieder versuchen, um Jasper zu retten. Ich will nicht, dass Sie nichts versuchen, Herr Black. Alles ist für Sie bereit. Just relax and explore. Just relax and explore. Natürlich. Äh. Nein, nicht die Waffe. Ich wollte mein Handy. Neuer Eintrag. Die Polizei... Ah. Kam nicht weiter, aber ich kannte das Opfer, Jasper Prado. relax and explore. Ach, das ist, das ist der, das ist der Dingsraum, ne? Da können wir nochmal eben reingehen. Der, der Beweiseraum. Da können wir uns auch nochmal kurz umschauen, welche Tafeln jetzt noch an sind. Welche Tafeln jetzt noch angehen. Exzellent, Mr. Black. Du benutzt all die Tools, die ich gefordert habe. Ich erinnere mich. Ja, das ist der Erfolg. Vielleicht ist es vielleicht swift. 96. Verdammt, wir haben wieder eine Sache, ein Foto oder so nicht gefunden. Verdammt. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich. Mann, ich würde mal gern ein Kapitel oder wie auch immer man diese Dinger nennt, zu 100% abschließen. Mann, das ist doof. Das ist ja doof. Wo ist denn mein Handy? Warum nimmt er denn das Handy immer weg? Okay, relax and explore.